Kaffee und schönes Design, das können die Italiener einfach. Und mit dem Fußball wird es auch irgendwann wieder klappen. Ich denke, dass man sich über guten Kaffee deshalb so sehr freut, weil man so oft schlechten Kaffee bekommt. Kapseln, ein absolutes No-Go. Ja, die Partnerschaft mit Kaffeepartner kommt dadurch zustande, weil ich mit Kaffeepartner jemanden habe, der dieselbe Sprache spricht, was die Qualität, die Emotionen und den Genuss anbelangt. Liebe Chefs, Wertschätzung euren Mitarbeitern gegenüber ist wahnsinnig wichtig. Und Wertschätzung beginnt bei einem guten Kaffee. Meine Süße.